Ja, sonst hätte ich hier nur jetzt nicht durchgehalten, ne? Ja. Zack, Headshot. Mit Unterhaltung hält man das ja auch durch. Uh, da hat mich einer geholt. Ja, ich spiele jetzt Ghost in the Shell mit dem... Und im Hintergrund während des Screens unser lieber Lucky-Schuss. Malzeit. Nur für wieder mal die Leute, die sich fragen, wer ist die Stimme im Hintergrund. Diese gut anhörende Stimme, wenn dieser Pfosten da redet. Diese hoch-erotische Stimme, bitte. So viel Zeit muss sein. Starwolf, wie viele Kids habe ich denn bisher? So. Superdrohne. Jetzt mal eine Frage an euch. Ist das wirklich so schwer, das Retten eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Ich habe es selbst noch nicht gespielt, also... Ey, klar, Mann, ey, sowas Pussyhaftes, grad. Echt. Ich fahre doch kein Bike-Rennen in Kontakt-Modus. Alles klar. Ach, scheiße. Asiel Soul hat mich getötet. Ein guter Name eigentlich. Wahrscheinlich brenne ich auf meinem eigenen fucking Bike. Ist also, ne. Da frage ich mich manchmal. Was geht da ab? Ach, shit. JDSP, willkommen und streamen. Wie geht's, wie steht's? Also, noch habe ich keine FA bekommen. Ich glaube, noch könnte man eine FA schicken. Bei Lucky, ich gehe dann mal Tokio-Goal gucken. Viel Spaß noch. Alles klar, Nebel, haust du rein. Dir auch noch viel Spaß. Ach, Mann. Boah, drei auf... Keine Ahnung, wie viele. Mit acht Mann sind wir... Und fast alle acht Mann stehen da in der Ecke. Heftig. Ist klar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Von hinten. Eiskalt geholt, der Kerl. Oh, der habe ich nicht... So erwartet, aber egal. Ich habe ihn noch gut gemacht. Und da... So komme ich den... Es ist... Ach, Mädels. Ach, Mädels. Yo. Boah, habe ich mir hier das schrocken. Was war denn das? Player, 3H, Moinsen, alles fresh. Lucky, was war das gerade im Hintergrund? Meine Tür, mein Sohn. Ach so. Heißt also, langsam offline gehen. Und... Na, ganz klar. Aber ihr könnt dann weiterhin beim Soul-Team vorbeischauen. Ich will natürlich den Host dann umlegen. Zu ihm. Er macht nämlich noch seinen 24 Stunden streamen bis 18 Uhr. Dann könnt ihr nämlich unterhalten. Vielleicht besser als mich, aber... Ja. Unterhaltung pur. Der pure Wahnsinn. So. Ach, Mann. Du bist jetzt raus. Hm? Du bist jetzt raus? Oder gleich erst? Ich brauche jetzt noch das Rennen. Ach so. Gut. Der Große muss erst mal wach werden. Und den Vorrat dann seine 5 Minutes kriegt. Steigt doch ab und krall hier ein anderes Motorrad, wenn es geht. Ja, das hat ja nichts mit dem Bike zu tun. Das ist ja das Problem. Ja. Ist Sniper. Willkommen im Streaming-Zug jetzt. Ja, da liegen so viele Motorräder. Und zack, daneben. Autobahn beginnt in Kürze. Das Problem ist, du kommst gar nicht weit. Ja. Hm. Guck dir das an. Hochlaufen kannst du auch nicht. Und das sind die Bikes. Und die sind ein Problem. Ja. Oh, zack, auf die Fresse geflogen. Er, oh ey, der springt da runter. Was ist das für ein Lappen, Mann? Ich könnte schon wieder, ne? Ohne Witz. Weißt du das? Ich könnte austicken. Aber ich konnte jetzt meine Waffen mal ein bisschen ausrüsten. Ich habe die fast fertig geskillt. Glückwunsch. Ich weiß nicht, ich habe heute irgendwie gefallen an dem, äh, Modus Zerstörung gefunden. Ich mag auch Zerstörung. Ja. Ist eigentlich genauso ähnlich wie Counter-Strike hier bei Ghost in the Shell. Nur eben halt, ähm, dass du hier die Option zwischen auch zwei Dings hast und jeder kann planten. Nicht nur einer. Jeder kann planten. Hm. Pff. Das ist gut. Yo. Also bei COD heißt hier Sprengkommando. Patro, mir geht's ganz gut. Dank und selbst, Digga. Ich bin gerade ein klein bisschen angepisst. Alles klar. Ich liege auf dem Bike. Beziehungsweise das Bike liegt auf mir, wie man es sehen will. Weil Andi moinsen, EWi Zocker. Moin moin. Hm, ich fliege runter, alles klar. Ja, ich lege mich da vom Arschmarin. Ich lege den Kill. Yo. What? Also die Map wird bestimmt 20 Jahre gehen hier. Ja, zu viele. Egal, ich habe meine Drohne dazu geholt. Und bam, Alter. Doch bevor ich sterben konnte, gab's dann noch eine Drohne. Aber da war ja das Dings, die scheiß Barriere. Ha. Ja, und ich verfehle ihn. Die ist normalerweise einfach. Da ist sie auch, hast du vollkommen recht. Im Normalfall schon. Wenn man nicht gekillt wird hier, dann ist die Reze relativ easy peasy. Ich will mich das jetzt abfacken, Alter. Ohne Scheiß. Ey, Digga. Ja, mich holt man gerade auch per Ammer. Ey, ich komme da nicht hoch ohne Bike, ne. Das kann nicht sein. Dann sollen wir wenigstens die Ersten das dann fertig machen. Okay, gut. Gerade so geschafft. Positiv. Brauche ich einfach nur leid. Findest mich nicht? Ja, und er holt mich mit einem einzigen Schuss. Diese Penner, ey. Lachflash des Todes. Ja, definitiv Lachflash des Todes. Auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem Abfackmoment hier. Ja, bei mir auch. Es läuft nicht so wirklich. Ich bin in einer sehr schwer, also mit sehr guten Gegnern. Headshot. Ne, darauf gehe ich nicht ein. Kann der mich mal. Gehe ich einfach nicht darauf ein. Ähm, Quatro. Das ist mein normaler Account. Und ich habe jetzt noch einen anderen am Start. Also, Lucky on Twitch. Aber ey, we spawned Heimer und Dings. Rechts ist einer. Jungs, rechts. Mechla-Fan. Mechla-Fan. Moin, moin, moin. Alles verschen bei dir. Ne, mir noch Achtung. Willkommen. L-Nuggets oder E-Nuggets. Willkommen und streamen. Wie geht's stets? Der Typ, Alter. Der Typ, ey. Ja, und dann hat er nicht mal... Ja, klar. Ich habe den doch getroffen. Lol. So. Wie er mich auf diese Geschwindigkeit holt, ey. Ja, verpiss dich da. Lächerlich. Ja. Mir geht's gerade genauso wie dir. Ja, nee. Wie weißt du, der macht nur einen Schuss. Aber zieht mich so runter, dass ich nur noch 12 HP habe. Was ist denn das, bitte? Also, entweder hat er ein Aim-Bot an oder... Keine Ahnung, weil... Die Kugeln kenne ich nicht. Die so starke Feuer... So eine starke Feuerkraft haben. Ein Aim-Bot? Ja, das heißt eben halt, dass... Besserts oder das... Automatisch ziehen. Ja, automatisch ziehen. Leute, seid ihr ja schon wach? Habt ihr schon ausgeschlafen? Oder wart ihr noch gar nicht im Bett? Ich war noch nicht im Bett, weil ich von da aus komme. Ja, das ist ja dann alles klar, ne? Ey, komm. Fuck mich doch echt sicher. Ohne Scheiße, ne? Zwei Kills mit zwei Drohnen gemacht. Hast du die Nacht durchgemacht? Ja. Mach ich ja eigentlich immer. Weißt du doch? Ey, Mann. Permadeuch machen. Permadeuch machen, genau. Weißt du, was das Witzigste ist? Ich bin auf dem Dritten. Ich bin der Erste. Ich habe ausgeschlafen. Okay, nice. Okay. Das ist cool. Wenn ich es einer, der ausgeschlafen hat. Haha. Ich habe 10 Kills, 10 Assists und wie oft ich schon gestorben bin, willst du nicht wissen. Aber das ist cool aus, willkommen zu streamen, wie geht es mir stets. Ruhig, brauner. Das war ein Handy. Aber okay, aber okay, das kommt bei dem Spiel, kommt es sich auch nicht darauf an, wie oft du stürzt. Also nicht wirklich. Na klar, bekommen die Gegner Punkte und scheißen, wenn du verrägst. Aber es wird halt nicht angezeigt, ne? Weil es nicht darauf an, nicht wichtig ist, wie oft jemand stirbt, sondern nur, wie oft du eben halt, äh, Kills machst oder eben halt, wie hoch deine Teamarbeit ist. Mit vier Mann, ey. Elf Kills, elf Assists. Darf ich jetzt hier an die Luft schauen? Gut, danke. Ach, fuck. Warum nicht scheiß, weil es ja auch immer im Weg steht, ja. Jetzt kalt halt den Penalty auch noch meine Waffe. Weil seine selber kacke ist. Lol. Mach jetzt einfach hoch scheiß drauf. Ach so. Wirst du noch mit den Lucky Shows live? Ja, Quattro, mach ich noch. Aktuell bin ich aber gerade mit dem online. Also kannst du jederzeit mitspielen und mich auch adden, das weißt du ja. Jeder Follower kann mich eigentlich adden. Ah, ist das blöd, ey. Ach, die Map hier eigentlich nicht mehr, auf der ich gerade spiele. Ah, da ist ja meine Sucher-Drohne. Ey, werde ich noch umgebolzt, ich raste aus, ne. Dean und Arasul, willkommen ins Team, wie geht's dir stets? Ey, ohne Witz, da kannst du nur austicken. Aber was spielst du? Ähm, ich spiele auf der PS4 gerade. Ich spiele aber auch noch auf der PS3. Wenn die Community auf der Facebook-Seite dafür abstimmt. Einen habe ich abgestellt, der zweite holt mich. Also bei mir entscheidet die Community mit. Oh, sprengt der sich selbst. Kannst du nicht mit Messer draufgehen oder sowas? Ich? Ja doch, aber Messern ist an sich eher was für Leute, die, ähm, Dings, entweder Tarn-Kappen-Modus haben oder Dings, ähm, wie heißt das, so ein Lauf-Skill. René Keitel, willkommen ins Stream, wie geht's dir stets? Ja, ich finde es aber scheiße, dass man für die Kisten, die du jetzt bekommst, auch Geld bezahlen muss, ja. Seit Jahren Follower, bei mir gibt es keinen Follower-Check mehr, Quattro. Einfach Ausrufezeichen Rang in den Chat eingeben. Case Bergs, willkommen ins Stream, wie geht's dir stets? Genau, wir sliden jetzt erstmal hier ein bisschen und verkacken. Die beiden meine Drohnen, ja, die haben echt beide meine Drohnen zerstört. Harter Kampf für die gewesen und jetzt einfach beide Drohnen weg. Mit einem Schuss voll in den Sub gehackt. Um 1000 Punkte haben wir, äh, ach, um 100 Punkte haben wir verloren. So ein mieser Scheiß, ey. Könnt ihr damit mir meinen Raubüberfall machen? Was hast du denn für einen auf? Wie heißt du auf der PS3? Ich habe leider nur PS3. Ähm, Lucky Zone TV. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich muss alle Freunde von der Liste dann wieder löschen, nach den Streams. Weil es dann einfach zu viele Anfragen sind. Und, ich will ja jedem die Möglichkeit geben. Heißt also, ihr müsstet mich jedes Mal dann wieder anfragen. Weil ich habe schon extra einen zweiten Account gemacht, aber es hatte nichts gebracht, leider. Aber. Aber.